Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben gute Anlageentscheidungen getroffen. Der August war ja turbulent, erst runter, dann wieder Hocherholung, am Schluss etwas sachte und jetzt sind wir im September. Der September ist einer der gefährlichsten Monaten mit Oktober für die Börse. Hier haben wir oft Rückschläge und es zeichnet sich ja schon ab, dass es ziemlich gefährlich wird. Und wenn Sie meinen Short hier gesehen haben, fünf Gründe, warum der September schlecht wird, schauen Sie es sich an. Aber jetzt wollen wir dem Ganzen richtig auf den Grund gehen und machen eine saisonale Marktanalyse wie jeden Monatsanfang. Deswegen bitte Kanal abonnieren unbedingt. Wir wollen einfach genau wissen, was können wir im September saisonal erwarten. Alles gleich nach dem Intro. Zunächst schauen wir uns die Marktfaktoren an, also Größe, Value, Growth und so weiter. Die Marktfaktoren, wie die gelaufen sind, an denen kann man am besten sehen, wie saisonal die Anleger im Moment agieren. Und als erstes schauen wir uns den Faktor Größe an. In der Regel sind die Small Caps im Aufschwung besser als die Large Caps und im Abschwung. Natürlich fallen sie auch stärker als die Large Caps und daran sieht man schon jeden Monat, wie die Anleger drauf sind. Wir haben hier die Large Caps vorne dran mit 2,9% plus, die Small Caps nur 1,75% plus. Das ist nicht normal für den August. Da ist es andersrum. Die Small Caps sind in der Regel besser als die Large Caps. Das heißt, wir haben saisonal untypisches Anlegerverhalten beim Renditefaktor Größe. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für die Börse, warum, wenn die Anleger positiv gestimmt sind und glauben an einen langfristigen Aufwärtstrend und an eine gesunde Wirtschaft, dann gehen sie mehr in die Small Caps, weil hier mehr Rendite zu erwarten ist. Und deswegen laufen die dann auch besser. Und natürlich haben die Small Caps mehr Wachstumschancen als die großen Gesellschaften, die ja schon unglaublich groß sind. Also das steckt dahinter. Und an diesem Renditefaktor sehen wir schon, dass es nicht normal am Markt ist, dass es gefährlich am Markt ist. Was normal ist, was wir sehen, am Anfang des Monats hatten wir ja die Korrektur. Da sind die Small Caps schlechter gelaufen als die Large Caps. Das ist normal. Doch in dem viel längeren Aufschwung hätten die Small Caps eigentlich aufholen sollen. Und das zeigt eine Marktschwäche. Sessional untypisch und, sage ich mal, ein schlechtes Zeichen für die Börse im September. Dann schauen wir uns den Renditefaktor Value und Growth an. In der Regel ist es so, dass wenn Aufschwung ist, besonders bei kleinen Zinsen, dann geht man in die Wachstumsaktien, ist manchmal das Gleiche, in die Wachstumsaktien rein. Und wenn ich auf Nummer sicher gehen will, dann hole ich mir die Value-Titel, die unterbewertet sind, wo ich dann sichere Rendite erwarten kann oder vielleicht auch hohe Dividenden habe. Das war nicht so der Fall. Wir haben starke Value-Aktien gehabt im August. Die haben super aufgeholt nach dem Crash. Korrektur, sagen wir mal lieber, ob es noch ein Crash wird, werden wir sehen. Und die Growth-Aktien sind etwas schlechter gelaufen. Aber der Unterschied ist natürlich enorm groß. 3,25 Prozent für die Wachstumsaktien. Das ist besser als der Markt. Und 7 Prozent für Value-Aktien. Also das ist nicht so ein positives Zeichen für die Börse. Aber ganz so schlecht ist es auch nicht, weil beide Werte stark über den Indizes sind. Aber es ist saisonal typisch. Im August sind die Einleger oftmals schon sehr vorsichtig, was wir auch gesehen haben, und decken sich dann eher mit Value-Aktien ein als mit Growth-Aktien. Aber wie gesagt, Growth wurde ja auch gekauft. 3 Prozent plus ist ja ordentlich. Also insofern sollte man den Daumen hier eigentlich, und das mache ich jetzt auch, gelb machen. Also so ein riesen schlechtes Zeichen bei den Zahlen ist das nicht. Dann schauen wir uns eben jetzt die Zykliker und die Defensiven-Aktien an. Und da sehe ich auch, wie es läuft. Die sind sehr nah beieinander. 2,87 Prozent Defensiv, 2,6 Prozent für die zyklischen Aktien. Hier ist auch so, die zyklischen Aktien werden gekauft, wenn an Wirtschaftsaufschwung, niedrige Zinsen, Wachstumsraten gedacht wird. Dann geht man in die zyklischen, weil die da besser laufen. Und wenn man eher Angst hat, dass der Markt einbrechen könnte, geht in den defensiven Titel, die mir immerhin eine satte Dividende geben und auch nicht so sensitiv sind, was den Wirtschaftszyklus angeht. Wir sehen auch hier, dass die zyklischen Aktien viel stärker eingebrochen sind am Anfang August. Das ist normal. Die Defensiven werden gehalten, die man nicht so stark abverkauft, weil sie ja defensiv sind, nicht so sensibel für Wirtschaftsabschwünge und immerhin auch meist gute Dividenden zahlen. Aber man sieht, dass die Zykliker dann wieder aufgeholt haben und jetzt aber in den letzten Tagen des Monats wieder Schwäche gezeigt haben. Das hat eigentlich schon angedeutet, dass wir einen schwachen September erwarten können. Also es ist ein schlechtes Zeichen für den September, nicht für die komplette Börse, aber zumindest für den Septembermonat, der ja in der Regel auch schlecht ist. Aber das ist saisonal typisch. Im August kündigt sich oft schon ein schlechter September an. Jetzt schauen wir uns noch den Renditefaktor Momentum an. Momentumaktien und der Markt, also Stocks Europe 600 ist hier gemeint mit den Indizes, ist nah beieinander. 2,77 und 2,12 ist jetzt nicht so weit auseinander. Vor allem liefen die doch sehr ähnlich die ganze Zeit, zumindest nach der Korrektur. Es ist saisonal untypisch, die Momentumaktien laufen im August normal besser als der Markt oder verlieren weniger als der Markt. Das war hier nicht der Fall, das ist saisonal untypisch und das ist auch kein gutes Zeichen für den September. Also insgesamt kann man sagen, die Renditefaktoren zeigen schon einen schwachen September an. So, jetzt schauen wir mal rein, was können wir denn statistisch vom September erwarten. Schauen wir uns die Monatsrenditen an, dann knickt der September ein. Das ist der erste Monat, der praktisch negative Renditen hat mit minus 0,65%. Das ist eine Statistik vom MSCI World seit 1949, also der September oft sehr negativ und vor allem auch mit sehr hohen Downside Risk. 3,75% ist der drittschlimmste Monat. Der schlimmste ist der August vom Risiko her, den hatten wir ja schon und der noch schlimmere ist dann der Oktober. Also wir haben hier ein hohes Risiko im September, dass die Kurse runtergehen können und wir haben eine negative Rendite zu erwarten. Gucken wir aber genauer rein, weil das ist nämlich auch interessant. Wie verteilen sich die Daten? Dann sehen wir, dass im September 57% aller Monate seit 1949 positiv waren. Das heißt, die anderen 43%, die waren dann aber heftig negativ. Das sagt die Statistik aus. Gucken wir uns mal den Chart des Monats an, auch ganz wichtig. Wie verläuft denn der September normalerweise? Und hier sehen wir wieder zwei Kurven wie jeden Monat. Einmal die MINT-farbene Kurve, die sagt uns aus, wie der normale September verläuft. Und die goldene Kurve ist der Mittelwert. Das ist der Durchschnitt aller Werte und wir sehen, dass das ganz, ganz stark auseinander geht. Warum? Beim Mittelwert werden die Ausreiser, die Extremwerte stärker gewichtet als beim Median. Und das bedeutet, dass hier sehr viele Ausreiser und zwar nach unten sind. Die Kurve ist unter der MINT-farbenen Kurve. Wir haben hier sehr viel Risiko für Rückschläge und mit dem Verlauf des Septembers wird das Risiko immer höher, dass die Kurse nachgeben. So die Statistiken und es kündigt sich ja auch schon an, ein Hin und Her an der Börse, eher nach unten im Moment die letzten Tage zumindest. Ich gehe davon aus, dass der September eher schlecht wird. Ich gehe aber nach wie vor nicht von einem großen Crash aus, sondern eine Korrektur, besonders bei den großen Aktiengesellschaften. Warum verrate ich Ihnen nachher noch? Jetzt schauen wir uns aber noch einen ganz wichtigen Faktor an, denn die US-Wahl beeinflusst die Saisonalität, denn die Amerikaner stimulieren den Markt im US-Wahljahr mit Geld, mit Zukäufen und mit vielen, vielen Schräubchen, sage ich mal, Werkzeugen stimulieren die den Markt. Und da sieht der September oft anders aus, nämlich ein Auf und Ab. Auch das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir gar nicht so eine große Korrektur kriegen, sondern ein Auf und Ab, so wie es die letzten Tage schon war, dass es vielleicht noch ein bisschen stärker weitergeht, dass wir mal ein paar gute Tage sehen, dann aber gleich wieder alles verlieren. So könnte der September auch verlaufen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Auch der Oktober kann ich mir vorstellen, so ähnlich, weil die US-Wahl ja auch ein Auf und Ab ist und alles nicht ganz so klar ist. Ein großer Faktor, den haben wir hier auch noch, dürfen wir nicht vergessen, die FED hat am 18. ihre Sitzung. Es wird erwartet, dass die Zinsen gesenkt werden um 0,5 Prozent. Der Leitzins in den USA, ganz wichtiger Indiz, das könnte aber schwierig sein, das ist in den Preisen am Aktienmarkt schon eingepreist. Wenn die FED das aber nicht tut, nur 0,25 oder gar nicht senkt, denn die Wirtschaftsarten sind gemischt, ist gerade ganz, ganz schwierig für die FED und die Inflation ist auch noch nicht so weit runtergekommen, dass sie jetzt die Zinsen wirklich senken kann. Insofern muss man sich fragen, kommen wirklich die 0,5 oder nicht. Und das könnte natürlich einen großen Einfluss haben, wenn sie nicht kommen, dann kann es dann stark bergab gehen. Ich wünsche Ihnen schon mal alles Gute und wir sehen den September. Nächste Woche gucken Sie, da machen wir dann wieder eine Fundamentalanalyse oder eine Risikoanalyse. Das müssen wir mal gucken, vielleicht auch technisch. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie die Kurse weiter verlaufen. Ihnen alles Gute, eine schöne Woche, Ihr Thomas Hupp. Das ist ein bisschen davon ab, wie die Kurse weitergekommen ist. Das ist ein bisschen davon ab, wie die Kurse weitergekommen ist. Untertitelung des ZDF, 2020